... In den ersten Platz der Schweiz sind die Flattenkarte und jede Hand die verlängerte Wertschätzung der politischen Stabilität in allen Ländern. Ich kann Ihnen sagen, er wäre viel höher als Trauer. Sie sind seit 1.000 gewissen Köpfenstädten. In allen Ländern ist noch eine gute Bewertigung, Weiterentwicklungs- und Wachstumspolitik. Absolut bewundet uns allen vermehrt, die Leute zu kürzen. Die Leute in Washington finden das viel nass gebraucht. Wenn sie das jetzt total verrichtet, aber dann noch was 42 in Deutschland ist. Und dass wir nachher auch die Plattform der Volksverteilung realisiert sein. Vielleicht haben wir dann auch die, die gehört in die Schweiz. Ein wichtiges Instrument. Ist aber so zieht bis 2013. Ist ein mehr genommen. Für Deutschland keine gründe Finanzbank. Schaffen wir das nicht? Obwohl man sich auch die eher technokratische Frage eingeht. Ich würde gerne ein bisschen mehr zu fühlen, bis Menschen immer auf nachher können. Grüß. Nein, 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 aber es ist ... ...